Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Bardstay Trilogy. Wir sind hier noch in den Katakomben Level 3. Ähm, da ist die richtige Taste. Und wir wollen, weil ich das Level so schön finde, dieses auch noch vollständig erkunden. Auch wenn wir die wichtigen Sachen schon gefunden haben, nämlich genau, also zwei von drei wichtigen Sachen haben wir schon gefunden. Wir haben das hier gefunden. Wir wissen, dass wir nicht rein können. Wir haben das hier gefunden. Seek the Mad One, Stoney, Self and Harkins Domain. Und, ähm, jetzt müssen wir noch irgendwie einen Zugang dazu finden. Ähm, hier war ja offensichtlich keiner. Wir hätten jetzt noch gegen jede Wand laufen können. Das habe ich unseren Köpfen mal ersparen wollen. Ähm, ich meine, man muss ja nicht mal mit dem Kopf durch die Wand laufen. Ja, ist schon richtig. Man könnte es ja auch mit der Hand vorher abtasten. Aber das machen Rollenspieler nicht. Warum sollten sie sonst Autsch sagen, wenn sie gegen eine Wand laufen? Ähm, weil jetzt zum Beispiel. Wir wollen mal testen, ob hier eine Secret Door ist. Nein, wir rennen gegen. Da kann man nichts gegen machen. Ähm, Rollenspielcharaktere halt. Ähm, so. Wir machen mal wieder unsere Minimap an. Ähm, ja. Und dann erkunden wir mal diesen oberen Teil. Dazu können wir ja auch den Teleporter benutzen. Können wir mal. Ja, können wir. Dann kann ich auch noch gleich ausprobieren, ob das stimmt, dass wir... So, jetzt zu Geist halt machen müssen. Oh, das habe ich gemacht. Jetzt bleibt es. Okay. Also habe ich es vielleicht zu spät gemacht. Ja, ich bin wahrscheinlich vorher weggegangen aus dem Feld. Okay. Ähm, na gut. Hier waren wir ja schon. Hier war ich noch nicht drin. Wollen wir hier noch nicht drin? Was ist hier? Ah, pille palle. Wir können mal ein bisschen mit unseren, äh, Spellpoints haushalten. Die werden wir in Zeitkürze brauchen. Ne, bis da was, so wird es schneller. Ähm. Okay. Gucken wir hier noch ein bisschen rum. Hm. Tü-tü-tü. Hallo, ihr schon wieder. So, mal gucken, ob der Drache uns wieder die... Oh, du bist fast tot. Da muss man was gegen machen. Ähm, defend, defend. All right. Wahrscheinlich stirbst du eh gleich. Deswegen warten wir mit dem heilen noch. Äh, obwohl... Sin könnte auch ein bisschen Heilung gebrauchen. Hm. Okay, na gut. Danke. Also, also... Manchmal hat der Red Dragon auch ein Auge dafür, was gefährlich ist. Und, äh, entscheidet dann, äh, das zu entfernen. Äh, was ich ganz gut finde. So, jetzt sind wir hier überall gewesen. Da war er noch nicht. Five Ninias, one source run. Oh, gerne. Ninias. Mal gucken, was du... Okay, ja, warst einfach. Dein Schaden ist vernachlässigbar. Wir müssen schon, ähm... Wirklich Critical schlagen mit dir, damit das was bringt. Das heißt, du musst dich verstecken. Okay, dankeschön. Und, äh, das ist ein... Gas Cloud. Dissarm. Sim, mit Gas Cloud hattest du ja so deine Schwierigkeiten. Nö, jetzt geht's. Dann schwimmen wir jetzt. Äh, ne, erstmal... Dann gehen wir das jetzt... Goblin Lord to Sorcerer's Six Spinners. Äh, äh, gehen wir das jetzt mal von oben an hier. Schauen wir mal hier an. Das ist ein einzelner Raum. Und jetzt kommen wir hier in ein kleines Room Maze. Ähm, damit man sich mal dran gewöhnt, was einem später in diesen Spielen häufiger... Ähm, über den Weg läuft. Okay. So, mit einer Mini-Map ist ein Room Maze natürlich auch eher so pille-palle, wenn man jetzt ehrlich bin. Ähm, können wir da noch mal hin? Ich glaube, so, 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 so. Also, es hat, ähm, schön, ähm, Abwechslung, dieses Level, als Spinners... Oh Gott, Seven Blue Legs. Okay, 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 okay. Ähm... Okay, zack, zack, zack. Viel Samurai Goblin Lord, nehm, gut, die kriegen wir von Handtod, da brauchen wir keine Zauber für. Wieso habe ich sie nicht versteckt? Das ist eine dumme Idee. Ähm, wir finden nix, 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 wir finden darts. Masse tun. Wenn ich richtig informiert bin, müsste hier nochmal etwas Interessantes auf uns warten. Ach komm, und nicht alle! Doch, alle. Alle von uns dran. Aber das wird wieder so 25.000 Öcken geben, das schadet natürlich nicht. Ich meine, inzwischen können wir wahrscheinlich Manga sein, die Stadt einfach abkaufen. Aber... Oh! Einer überlebt! Zwei haben überlebt. Drei haben überlebt. Okay. Jetzt haben sie nicht mehr überlebt. 24.000, ja. Okay. Okay. Äh, nee. Das ist auch eine Falle. Gut, das haben wir erledigt. Dann können wir hier raus. So. Ähm... Stone Elementals, Statues und Stone Elementals. Hm, warum nicht? Schon wieder falsch. Nein. Attack, attack, attack. Hide. Okay. Okay. Machst ganz gut Schaden. Okay. Machst ganz gut Schaden. Okay. Okay. Letzte auch noch weg. Hm. Nee. So. Okay. Jetzt haben wir... Da waren wir noch nicht. Wieso war ich da noch nicht? Das habe ich komplett vergessen. Da. Wie kommen wir da hin? So. Ähm... Das haben wir. Jetzt müssen wir hier nur wieder durch. Ähm... Wenn man sich da nämlich nicht hin teleportieren lässt, was man ja im Original nicht kann, weil das ja andersrum geht. Von da nach da. Äh, da muss man nämlich... Das ist die kleine Bestrafung. Wenn man da nämlich reinläuft und hier hin zurück muss, dann muss man nochmal durch das Wunemace durch, was wir jetzt auch müssen. Da stand was. Achso, das waren die Skeletons. Ja, ja. Okay. Äh... Ja, wir können aber hier durch. So. Das ist ein sehr einfaches Wunemace, zugegebenermaßen. Das ist mir in Ruhe. Ähm... Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Genau. Das ist die One Way Door, die wir nicht nehmen wollen. Ja, zieh dir mal die Hose hoch. Ähm... Die One Way Door gehen zu weit weg. Hihihihi. Okay. Ähm... Ähm... Was uns vor Drachenodum schützt? Ich glaube nicht wirklich. Ähm... Anti-Magic hilft ein bisschen. Das macht aber Chrysania. Ähm... Die eine Your Restoration machen müsste. Hmhm... Mhmhmhm... Hypnotic Image. Mal gucken, wie weit der reicht. 30. Nicht gut. Ah, steht das auch. Sehr gut. Was haben wir denn noch? Taya Party. Nee, 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 nee. Word of Fear. 90. Make a growth and shake in fear. Reducing their ability to attack it to damage. Das probieren wir mal auf die Blue Dragons. Du musst anmalen. Und dann holen wir mal das Beste. Okay, sie advanceden. Das ist gut. Advanceden könnt ihr ruhig. Dann seid ihr jetzt nämlich in Reichweite von meinem Miebel. Das ist gut. Fight, defend, defend, hide, defend, cast Miebel. Okay. Das war taktisch Unklug von den Drachen, aber nee. Okay. Hm, Speyer haben wir. So, jetzt waren wir wohl bei. Ich bin auch da oben. Äh. Hm. Da fällt mir wieder was auf. Diese Tür gibt es nicht. Im Original. Oder ich habe sie nur vergessen zu zeichnen, was durchaus sein könnte. Weil nach meiner Zeichnung geht dieser Gang hier weiter. Bis hier. Okay. Kann aber auch sein, dass das einfach ein Fehler bei mir ist. Weil aus Symmetriegründen wäre es ja schöner, wenn hier ein Raum wäre. Deswegen habe ich es vielleicht vergessen. Oder es war nicht so. Weil dann haben wir hier Symmetrie, hier Symmetrie. Ja, ja, ja. Ja, aber es hat so verschiedene. Wir haben hier so einen symmetrischen Bereich. Hier haben wir eine Room Mace. Hier haben wir dieses Aufgefächerte. Also, ich finde das Dungeon sieht einfach gut aus. Ähm. Und wahrscheinlich habe ich das einfach nur falsch gezeichnet zu einer Zeit. Äh. Es ist aber ein Ort in diesem Level, wo man normalerweise nicht hingeht. Normalerweise geht man nämlich hier lang. Wo man noch nicht warnt. Was ich mir aus irgendeinem Grund für zuletzt aufgehoben habe. Gefolgen wir diesem Gang. Gucken hier mal rein. Ah, bitte nicht. Spinner. 66 Zombies. Die machen wir gerne. Äh. Kastschutz. Hier müsste reichen. Geld können wir immer brauchen. Okay. Schöpfe auch immer nicht. Aber Geld kriegen wir nicht. Weil, wie wir, wie natürlich jeder weiß, gerade Zombies und Skelette haben immer Geld dabei. Und wenn es viele Zombies und viele Skelette sind, ist das natürlich viel Geld. Dann weiß man nicht, wo genau die Skelette ihr Geld aufbewahren. Aber das ist vielleicht doch ganz gut, dass wir das nicht wissen. Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwas mit Magie zu tun. Ähm. So. Okay. Schocker. 17.000. Oh, sehr schön. Okay. Das ist das einzige Feld, auf das wir noch nicht getreten sind. Dann wollen wir mal schauen. Da passiert doch bestimmt nichts, oder? Natürlich passiert da was. Da ist ein Teleporter. Der uns nämlich genau hier reinbringt. Und jetzt können wir uns mal hier genau umgucken, was nicht so gut geht, weil das gibt hier einige Schwierigkeiten. Zum Beispiel geht... Ah, ja. Ist tatsächlich. Ist nicht mehr blau. Mhm. Also keine Secret Daws mehr. Also hier ist ja alles voller Anti-Magic. Deswegen können wir das Ding auch hier ausmachen. Äh. Das ist ja alles Anti-Magic. Hier brauche ich das Neuzaubern gar nicht zu versuchen. Obwohl, den Kampf hätte ich mal machen können. Dann würde mich mal interessieren, ob man auf einem Anti-Magic-Feld im Kampf zaubert, ob die Zauber dann fizzeln. Hier wird es dunkel, genau. Das ist aber nicht schlimm, weil wir wissen ja, wo wir hin müssen. Bump. So, jetzt wird es wieder hell. Hm. Dafür soll reichen. Braucht nur ein bisschen Licht. Ähm. Aus Sicherheitsgründen machen wir hier mal ein bisschen Fallen weg. Oh, so. Hier haben wir noch ein Anti-Magic-Feld. Können wir leider nicht verhindern. Ja, wollen wir mal schauen. Es ist, glaube ich, jetzt der letzte Raum. Ja. Guten Tag. Hahaha. Du, oh Gott. Ja, ich meine, du bist ein Witch-King und ein Specter und du siehst tatsächlich ein bisschen komisch aus, aber, ähm, du sahst offen gestanden im Original besser aus. Da sahen Specters wirklich cool aus. Also, was die EGA-Grafik halt, was im Rahmen der EGA-Grafik halt möglich war, aber das ist ein bisschen ein bisschen langweilig. Überhaupt kein Blut und so. Und, ähm, das, du siehst eher so ein bisschen unfertig aus. Zumal der Hintergrund auch das gleiche ist wie das hier. Soll ich sagen, wir gucken hier durch dich durch? Oder das, nee, das, der war im Original besser. Und es ist das erste Monster, wo sie wirklich es signifikant, ähm, das, ähm, den Artstyle geändert haben. Ja, und nicht zum Vorteil. Ähm, Before you lies the ancient burial chamber of King Eldrick. Now a creature of darkness. Oh, no, no. Ähm. Ähm. Sollten wir hier in einer Gothic-Discope? Nein. Ähm, Now, Now, Mortal-Man, I will drink of your souls. Wie ist es? Okay. Und Spectre. Ja, das könnt ihr jetzt ein bisschen in die Hose gehen. Wollen wir mal schauen. Ähm, versteckt sich mal. Mach mal nix. Mach mal Holy Water. Hast du nicht. Ähm, mach mal. Haben wir nicht hier Invi? War es das nicht du, der Invi hatte? Ja. Und du mach mal äh, 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 Holy Water. Aber wir können eigentlich ja Deathstrike machen. Ist ja viel sicherer. Auf den Spectre. So, mal schauen. Okay. Dankeschön. Na gut. So geht's auch. Äh, oh, da werde ich mir das Video gleich nochmal angucken müssen. Ob, wir haben nicht gesehen, dass da stand, also da stand nicht, dass wir den Zauber, den wir ausgewählt hatten, auch gezaubert haben. Würde mich interessieren, ob wir ihn, wenn wir ihn tatsächlich nicht gezaubert haben, würden wir auch keine Spellpoints verlieren. Was eine, nur kleine, aber wie ich finde, enorme Verbesserung, oder, nur wichtig, oder wichtige Verbesserung gegenüber dem Original war. Da hat man nämlich, auch wenn der Kampf quasi schon vorbei war, trotzdem noch, äh, die Zauber zu Ende gezaubert. Was natürlich bei Heilzaubern durchaus doof sein könnte, weil da könnte man das ja absichtlich machen wollen. Wenn das für alle Zauber gilt. Aber zumindest bei Angriffszaubern ist es ja auch völlig sinnvoll, dass wir dann nicht mehr, äh, Deathstrike auf ein Monster zaubern, was nicht gar nicht mehr da ist. Okay. 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 Können wir das ändern, Spiel? Oder müssen wir jetzt den Kampf nochmal machen? Äh, zwei. Inventory. Äh, ich schmeiß mal die Mendelin weg. Among the items strewn about in the burial chamber is a glowing jeweled eye. das brauchen wir. To the tower fly, made one die, once lost the eye. Und das haben wir aufgenommen. Das ist sehr gut. So, und wir kommen hier wieder raus. Wir kommen hier raus, indem wir hier hingehen, hier ist mir noch ein Teleport. Okay. Damit haben wir dieses Level erfolgreich zu Ende erkundet, haben den Witch King gekillt und haben das Auge. Das glaube ich sogar irgendwas macht. Hm, ne. Manche von den, von den Special oder von den Quest Items, die haben nämlich noch eine nette Zusatzfunktion gegeben, Rüstungsklasse oder sowas, aber das Auge noch gerade nicht. Ähm, das war übrigens auch nett, da sieht man mal wieder, dass früher nicht alles besser war, ähm, vielmehr, dass es tatsächlich auch Fortschritte im Game Design gegeben hat. Was in unserer, in der gleichen Situation damals passiert wäre, wir killen King Eldrick, finden das, ähm, das Auge und haben keinen, äh, Platz in unserem Inventory. Wisst ihr, was dann passiert wäre? Genau. Dann wäre da einfach kein Auge gewesen. Ich weiß nicht mal, ob da eine Nachricht gekommen wäre. Ähm, wir hätten es auf jeden Fall nicht mitnehmen können und, ähm, dann ist es weg. Das ist nämlich nicht weiterhin da, wenn man dann weggeht von dem Felsen, sein Inventory, äh, leer macht und dann wieder zurückkommt. Nein. Das ist nur da, direkt nach dem Kampf im Original. Äh, und wenn der Kampf, ne, erledigt ist, verschwindet auch das Item. Das war, das hat mir beim ersten Mal richtig, ich bin mir nicht sicher, es kann auch sein, dass das noch bei der CPC-Version war, die ich ja zuerst gespielt hatte, weil das mein, ja, mein erster Computer war, ähm, dass das da der Fall war und bei der PC-Version nicht mehr war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch so war. Ähm, beim ersten Mal hat mir das ein bisschen die Stimmung verhagelt. Danach habe ich es natürlich immer gewusst und habe immer vorher darauf geachtet, dass unser Inventory ein bisschen Platz hat, aber, ähm, naja, so war das damals. Äh, ja, gut, okay, wir haben jetzt, äh, auch ein volles Inventory, da können wir auch einfach mal wieder zu Gast gehen, würde ich sagen. Und da wir hier fertig sind, hier sind wir auf der Treppe, ne, sehe ich das richtig? ja. Ja. Okay. Hier würde ich mal sagen, ähm, 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 so, Rest. Rest aus Playpoints, jawohl. Okay, äh, jetzt ist er mal wieder, äh, nachts, da hat er gute Garthia zu. Wie viel, wie viel Uhr haben wir denn? Ups. Äh, nee. Ich habe schon vergessen, welche Taste das war. Äh, genau, Dusk, ne, da müsste es ja eigentlich bald Dusk. Nee, Dusk ist nicht gut, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also, nehmen wir hier rein, Zeitsprung, und Garth hat offen. Hallo, Garth, ähm, Sell an Item. Also, das verkaufen wir nicht, auch wenn es viel wert ist. Äh, brauchen wir nicht. Achso, mit der Maus soll es nicht springen. Mal gucken. Ja. Oder? Muss ich bei Identify Maus probieren. Also, Ex brauchen wir nicht. So viele Ogre Figurines brauchen wir auch nicht. Das ist ein normaler Helm. Normale Ropes. Feuern, Hawkblade. Ex-Lite und normale Gauntlets. Ich meine, wir können ja ein paar Arrows mal behalten, für den Fall der Fälle. Okay, dann gucken wir mal, wie das bei Identify ist, ob das dann... Äh, naja, es springt schon, aber zumindest bleibt der Cursor, also bleibt der Mauscursor da. Elf Clo... Wow, nice, very nice. Das ist ein schönes Item. Machen wir sonst noch was, was unidentifiziert ist? Da wäre auch eine Ordnung, also wenn wir das danach ordnen könnten, was unidentifiziert ist, ganz hilfreich, aber auch nicht so wichtig, ähm, wie Inventory. Der Elf Cloak müsste doch einfach anzulegen sein, ne? Ja, ist richtig. Sehr schön. Du brauchst den aber eigentlich noch nicht. Du hältst den am meisten aus. Sinn ist eigentlich immer versteckt, aber trotzdem, die hat am wenigsten Auszugsklasse. Ähm. So. Okay. Irgendwas interessantes. Mithril Scale. Ähm. Grace. Ähm. Erstmal. Danke, Garth. Das machen wir hier. So. Inventory. Triple Grace. Das ist 3. Das ist 2. Das ist also besser. Aber noch eine Mithril Scale. Mithril Scale. Nee, nur die eine. Was hast du an? Ähm. Mithril Plate. Mithril Scale. Kannst du eine Plate anziehen? Ich glaube nicht. Nee. Mithril Glass. Jo. Warum ist dein Ressource das schlechter? Mithril Glass und Mithril Shield. Mithril Shield. Du könntest noch... Haben wir noch Mithril Shield? Glaube ich nicht, ne? Wir haben nur Waffen gefunden. Ja. Okay. Ähm. Aber Sin ist für dich vielleicht... Oh, du hast schon Mithril Bracers. Okay. Mausling. Mithril Chain ist besser als Mithril Bracers, oder? Ne, ist das gleiche. Okay. Leather Gloves. Haben wir da noch was Besseres? Nope. Okay. Na ja. Haben wir uns ein bisschen verwässert. Ähm. Ja, da würde ich sagen, werden wir beim nächsten Mal mit unserem Auge, ähm, mal gucken, ob wir den Tower finden. Ich weiß gar nicht, haben wir ja. Wir haben doch, wir haben doch unser Journal. Da können wir ja nochmal nachgucken. Also, fangen wir mal an. Äh, Scarabra ist gut und schön. Wir wollen... Da hin. Oh, Salas. Okay. Ähm. Hier steht nichts Interessantes. Der Ancient Witch King yet lives. Ja, jetzt nicht mehr. Achso, hier wollen wir nach unten. So, so geht das. Mhm. Okay. Pastelated Knight. Goldobens und Man of Stone. Das wollen wir noch brauchen. Odom, das wollen wir noch sehr spät brauchen. Hier noch Standing. Wenn wir noch On Souls, der Fiesner und Darkwinds leer, genau. 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 To the Tower of Lime, at one die, one's lost the eye. Jetzt müssen wir den Tower finden. Wenn man das nicht weiß, das kann man durchs Ausschlussprinzip machen. Es gibt vom Prinzip zwei Türme und ein Ding, was Türme hat. Nämlich ein Schloss. Und in die beiden Türme können wir nicht rein. Also müssen wir wohl zum Schloss. Seek the Mad One, Stoney, Surf und Harkens Domain. Und wenn man sich in Skara Bräer ein bisschen auskennt, wenn man zum Beispiel auf dem alten Spiel beiliegende Stadtkarte guckt, erfährt man, dass es Harkens Castle ist und dass offensichtlich damit mit Harkens Domain, Harkens Castle gemeint ist. Mad One, Stoney, Surf sollen wir also dort aufsuchen. Da wollen wir mal gucken. Da können wir dann vielleicht was mit dem Auge machen. Ja, da würde ich sagen, das gehen wir dann beim nächsten Mal an. Und dann schauen wir mal, wie wir uns in Harkens Castle schlagen. Ja, dann sehen wir uns da wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Sauce.